Ein Hallo und Herzlich Willkommen Freunde, ich bin's wieder mit Jesse und was soll ich dazu sagen, Season 30 wird einfach großartig, weil wir haben drei Season-Themen in eines kombiniert und ihr seht hier im Hintergrund schon zwei, einmal diese Portale, die zufällig öffnen, das könnt ihr euch erinnern, das war Season 29 der Season-Thema, das heißt also, wenn ihr außerhalb der Greater Rift seid oder generell außerhalb der Rift, ich laufe immer gern hier die linke Seite hoch, halte der Algonie, 1, 2, 3, dann können zufällige, also diese Portale zufällig erscheinen, dazu kommt noch, dass wir als Season-Thema auch ein bisschen überraschend wieder die Seelensplitter hatten, da könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, das sind diese kleinen, aber feinen Splitter, welche gelevelt werden können, welche nochmal zusätzliche Fähigkeiten und so weiter freischalten, welche man in die Waffenslots und Rüstungsslots, stecken kann, um hier seine Skillung noch ein bisschen abzurunden und das ist auch das, was dann hier in der besten Liste natürlich dementsprechend auch dominiert, also wenn man da durchfahrt, sind natürlich wieder ganz, ganz verrückte Skillungen möglich, ich glaube, das war damals zu Season 25er Zeiten oder so, wo das möglich war, aber das war immer noch nicht alles, also wir haben die Seelensplitter als Season-Thema, wir haben diese Portale der Feindseligkeit, welche ja praktisch jetzt fix übernommen worden sind und einfach immer wieder auftauchen, das ist auch beim Level-Part ganz, ganz gut und dann last but not least haben wir hier noch den Altar der Riten, Wenn ihr euch da erinnern könnt, den müsst ihr nach und nach freispielen, aber dann könnt ihr hier zusätzlich noch einige Sachen skillen, gleich mal vorweg, für die Leute, die Season 28 gespielt haben, der Altar wurde natürlich abgeschwächt, also abgeschwächt im Sinne von dem, er gibt ja nicht mehr so viel Power dazu, wie man es vielleicht in der Season gewohnt war, weil ja jetzt mehrere Season-Themen ineinander greifen, wäre das natürlich sonst too much, aber was er tut, ist zum Beispiel, der Gefährte sammelt gewöhnliche, magische und seltene Gegenstände ein und verwertet sie sofort, das heißt also, wenn wir rumlaufen und es fallen halt dann irgendwelche weißen Items oder blaue Items, dann werden die automatisch gedisst von unserem Begleiter und wir kriegen gleich automatisch die Mats. Also alles, was wir an Bequemlichkeit, nenne ich es gerne, in Season 28 hatten, wurde jetzt fix in Diablo 3 übernommen, der Altar der Riten sowie das Portal, was wir gesehen haben, ist jetzt immer da und das Season-Thema on top sind jetzt nochmal die Splitter, also ich weiß, viele haben vielleicht Diablo 3 deinstalliert, installiert das verdammte Diablo 3 wieder, die neue Season lohnt sich zu spielen, weil, das war immer noch nicht alles, das ist wie bei so einer Verkaufsshow, wir haben noch einen und den einen, den wir noch haben, ist, sie haben die Sets geändert, also geändert nicht, aber sie haben die Boni von den Sets gedreht, beziehungsweise die Rangliste, muss man sagen, wenn man es ganz genau geht, wenn das, was halt in den letzten Season immer Meter war und so weiter, das wurde genervt, also jetzt mit dem Kreuzritter rumreiten und die Blitze schlagen ein, kann man noch machen, macht aber viel weniger Schaden, dafür haben sie diese alten Sets genommen, die halt schon lange nicht mehr gespielt wurden und die wurden dementsprechend hochgedreht. Unter anderem das Ninja-Set von Dämonenjäger, da macht halt aufspießen jetzt 120.000% mehr Schaden, also es sind sehr, sehr viele Anpassungen in diesen Bereichen, dafür aber bitte einmal unten auf den Link klicken, da kommt ihr zu unserer wunderbaren Season-Übersicht, da haben wir die finalen Zahlen vom finalen Patch, weil ich glaube, das wird bei der einen oder anderen Klasse sich definitiv noch ein bisschen drehen, nur damit ihr es wisst, auch zu dem aktuellen Zeitpunkt der Videoaufnahme war noch kein Release-Datum von Season 30 bekannt, das schreibe ich euch auch unten hin, damit ihr dann wisst, wann es wieder losgeht. Einen kleinen Level-Guide haben wir euch gemacht, damit ihr es erinnern könnt, weil man kann natürlich über den Altar mit der bereits zweiten Stufe, kann man wieder Gegenstandsstufen runtersetzen, das heißt also, alle unsere Items sind natürlich Level 1, was wir hier schon vielleicht gesehen haben, auch bei der Waffe, ich ausziehe es nochmal hier hin, auch die Waffe ist jetzt hier dann Level 1 und da muss man natürlich dazu sagen, das ist beim Leveln durch den Challenge Rift super gut möglich, weil ihr macht den Challenge Rift, ihr spielt das hier frei, stellt euch eine Waffe her, müsst die Waffe nicht in den Würfel geben, sondern könnt die Waffe direkt anziehen, also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Einen kleinen Haken hat das Ganze, ihr glaubt, oder ich denke mal, der ein oder andere weiß schon, worauf ich hinaus will, um den Altar wieder vollständig frei zu spielen, muss man natürlich auch hier sagen, sind wieder die guten alten Sachen notwendig, und zwar die guten alten Sachen bedeutet hier zum Beispiel, wenn man das hier opfert von den Gems, wir brauchen natürlich wieder einen Prunkring zu opfern, ihr kennt ja noch die Tabelle, die gebe ich euch auch unten dazu, was ihr denn machen müsst, für den ganzen Altar, also für die ganzen Stufen, weil da ist natürlich auch wieder der Hirtenstab dabei. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an den Hirtenstab, den zu farmen, ist natürlich jetzt, ja finde ich, ganz ehrlich, hätte man rausnehmen können, ist auf den letzten Stufen unten, aber ihr wisst ja, den Hirtenstab, der farmt sich nicht so schnell, vielleicht fliegt es noch raus, aktuell ist es auf jeden Fall noch drin, wir werden also sehen. Aber, nochmal kurz, Altar ist drin, der bleibt jetzt immer drinnen, in einer etwas abgeschwächteren Form, das Season-Thema per se sind die Seelensplitter, die könnt ihr auch übrigens zerstören, die gibt dann ganz gut Gems, und was natürlich auch hier fix dazu kommt, ist eben diese Portale der Feindseligkeit, welche zufällig immer öffnen können, die bleiben auch immer mit dabei und sind auch immer drin. Nicht zu verwechseln mit den Albtraum, mit den Albtraum-Ebenen, wenn ihr euch erinnern könnt, da gibt es nämlich diese Köpfe, die könnt ihr dann über das Portal, und dann öffnet sich hier ein Hall in der Albtraum, das ist nochmal was anderes. Also, Diablo wird jetzt ein richtiges Portal-Game, ja, wir haben die Greater, wir haben normale Rifts, wir haben die Greater Rifts, wir haben die Portale der Feindseligkeit, und wir haben die Portale der Hall in den Albtraum, das ist eben hier über diesen erstarrten Schrei, das ist da, wo einfach Wellen von Gegnern kommen, solange bis ihr tot seid, und dann ist das abgebrochen, oder solange bis ihr nicht mehr genügend Schaden macht, um das Ganze hier dementsprechend abzuwehren. Also, jede Menge zu tun, das Ganze im Spielfluss ist soweit ganz witzig, es gibt natürlich auch wieder, wie wir es vielleicht schon gewohnt sind, so eine klassische Season-Reise, es gibt keine komplett neuen Inhalte, wie wir es von der Season-Reise, dass du dann sagst, okay, Rahmen, Pad, Begleiter oder so, da werden jetzt alle Sachen wiederholt, also wenn ihr mal vielleicht eine Season nicht gespielt habt, von den 29 Stück, was ja durchaus möglich ist über die letzten 5 Jahre oder 7 Jahre, dann lohnt es sich vielleicht dort reinzuschauen, um nochmal diverse Flügel oder Pads zu holen. Ja, also für die, die es verpasst haben, neue Sachen gibt es nicht, aber da könnt ihr dann noch ein bisschen was nachholen, wird sich auf jeden Fall auszahlen, ist halt eine Woche Spielspaß und die ein bisschen intensiv, muss man sagen, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Also holt eure Lieblingsskillung, wird wahrscheinlich zu 90% gebufft sein, einmal schnell durchleveln, das Leveln ist in Diablo 3 sowieso kein Thema, besonders jetzt mit dem Altar, schaltet euch die Bequemlichkeitsfeatures frei und dann könnt ihr einfach losspielen. Aber das war immer noch nicht alles. Für die einzelnen Helden, die es hier immer noch gibt, ihr dürft natürlich nicht vergessen oder zur Erinnerung, es gibt auch die Möglichkeit, dieses eigenmächtiger Solo hält, das heißt also, der SSF-Modus wurde auch übernommen. Das heißt also, für die, ohne Paragon Cap jetzt, aber für die, die Season 29 gespielt haben, es wurde ja oft sich darüber aufgeregt, dass es in Diablo 3 keinen SSF-Mode gibt. Hier, angeben, eigene Rangliste, ihr spielt nur alleine, ihr spielt in der Rangliste auch nur gegen Leute, die alles nur alleine gemacht haben, ohne Groupplay und sonstiges, ist ein mega geiles Feature und bin ich sehr, sehr froh, dass das übernommen wurde. Also es ist praktisch Season 30, eine Sammlung von guten Season-Themen, gemixt mit einfach diversen Set-Buffs und Set-Nerfs. Also es sieht ganz gut aus und die Empfehlung des Tages ist es, dort mal reinzuschauen. Verratet mir noch, ob ihr Diablo noch installiert habt und Diablo 3 jetzt und welche Klasse ihr in der neuen Season spielen möchtet. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.